Video. So, mittendrin steigen wir ein, weil der Sven rumpienst. Marc hat sich gar keinen Bock hat. So, Profi-Action. Das ist voll kacke, wenn man die Maps nicht kennt. Man rennt einfach irgendwie... Man sieht einfach gar nichts mehr und so, oder? Das ist vielleicht besser. So, weiter geht's. Ich renn, 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 so. Ich bin Bagger. Da gibt's kein Bagger. Fürchtig. Wo rennen wir denn hier hin? Zu A. Und das sind wir. Achtung, ich schieß die Tür auf, weg! Da gibt's doch eh kein Teamkill. Oder die haben sie mit einer Granate aufgeschossen? Nee, da ist nicht so ein Gastank davor. Baram. So, was nehmen wir jetzt ein? Wir haben alles. Oh, B. Wir verlieren B. Wieder keine Angst, die wir loslassen. Ja, manchmal geht's irgendwie nicht sofort. Ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen buggy, hab ich's Gefühl. Ja. Objektiv secured. C auf A wird angegriffen. Na, C ist so der... HAKAKUYUM ATUZELL! Versuchen wir das dann... ...zuhalten. Da läuft was. Da ist da zwei, zwei, noch einer. Ja. Boah, fuck, da kommt was. Oh, irgendwie, da kommen mehrere. Ja. Da sind eine, Alter. Eingemessert, ja. Der andere läuft weiter in die Richtung, wo wir hergekommen sind. Einmal gerett. Einmal, da läuft was. Ja, toll, ich spawnen bei dir und werde gleich wieder erschossen. Ja, da ist einiges grad los. Da geht der Dike. Mach noch ran an. Ja. Keine Abwehrfabrik. Objektiv taken. Ich hab nur noch eine Kugel, sorry. Öffne ich. Krass. Keine Munition mehr. Was willst du denn noch? B wird anders. Äh, soll mal lieber... Ja, gut. B schneller. Äh, A ist mehr, ne? Ja. B ist zu deutlich, naja. Ich guck mal gucken, was kein A ist. So. Mach mal. Gibt dann später ein Disziplinarverfahren. Befehlsverweigerung, ja. Was nicht. Von rechts noch. Ist das die Straße? Ja, ja. WTF! Klar, ein Level 2, das kann er mir nicht erzählen. Der hat einen neuen Charakter gemacht, wahrscheinlich. So, dann spawne ich mal wieder mal. Bin ich zu nah dran, kann ich leider kein Befehl mehr machen. Ja, mach doch mal. Ja, und da ist noch eine Unterförderung. Das ist mal fast bei... Naja. Wenn man Rush spielt, ist hier glaube ich ein M-Com. Wo bin ich denn hin? Ist der B oder W? Ja, würd ich sagen. Boah, scheiße. Uah, von rechts noch. Überall, ey. Ja. Wie viel Slots hat dieser Server eigentlich? Ich glaube es sind 32, ne Server. Ich finde es immer schon immer schön, wie weit man da den Berg runterrutscht als Leiche. Kann man sich das schön retten, die Leute. Boah, das ist alles voll da oben. Uh, ja. Da kann man aber von hinten drauf. Da müssen wir mal hinten rumgehen vielleicht. Da vorne bereits, wenn wir nicht hochgehen. Ja, da vorne können wir nicht. Das ist vor uns, dann kriegt der jetzt wieder Power. Aha, Granatenkill. Jetzt kann man von der Seite, man kann aber auch noch von hinten. Granatenkill, hihihi. Durch einen Kühlstrom. Einfach Granaten draufschmeißen. Das sind zwei. Boah, noch einer. Ich habe auch einen Granatenkill. Hey. Mach jetzt von hinten Druck. Oh Gott, kitz. Das gefällt dir! Nein! Jetzt kommt bei uns was von hinten. Scheiße. Ah, Tom. Steilverlage. Ja. Ja, jetzt haben sie halt C stattdessen. Die haben hier aufgegeben. Ach, was? Ich habe hier eine kleine. Was ist das? WTF? Von wo werden die angriffen? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Ja. Mann, jemand hat hier gerade was von Aufgeben getan, oder? Ja, es hat so ausgezogen. Boah, wie viele der gerade macht. Ja, das gibt hier eine Erforderung. Ich krieg so viele Skogeln in hier. Mann, dass mein Bildschirm dauerhaft verschw... 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 P... 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 Verschwommen ist. Mann! Mann, Mann, Mann! disco! W ganzigen rein! Wie schaffen wir es eigentlich mit einem Mann hier so viel Druck zu machen? Oha, der wird mir wieder... similar? Irgendwo? Na ja, dasere ist! Ja, von hinten. Hat dann irgendjemand Veroccupen platziert... omething? Ja, ich... Ich hab nicht mehr mehr eingeschissen. Ja, und weg. Boah, da ist... Da kommt noch einiges von da unten. Guck mal hier aus, wo muss das sein? Guckt euch mal die Stats an. Ja. Okay. Was hab ich mir denn anmachen? Ähm, wir gehen jetzt mal zu A, würd ich sagen. Attacke mit dem Zell! Nachbeben! Aber langsam nerven mich die Leute mit diesem Platz. Bei allem. Egal bei was. So, dann würde ich mal sagen... Auf ins Getümmel. C geht immer ab. Da kann's schon überall angegriffen werden. Schön mal Granaten reinzwämmen. Auf geht's! Erst mal hinkommen, Alter! Da sitzt ja schon alles freudig, kann man überhaupt in Richtung ziehen, Bob. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Ja, das gibt's gar nicht. Kein Hauptbau, oder? Nee, keine Hauptbau. Auf geht's! So, langsam vorarbeiten mit Sterben. Warum sterbe ich denn so schnell? Das ist ja... Unnormal! Boah! Einen hab ich noch gemacht. Danke! Boah, jetzt schießen sie mit dem Small auf uns, oder was? Was sind das für Asoziale? Alles nur! Tja, dann steig ich mal bei A ein, hm? Wie wär das? So. Ups. Jetzt eigentlich schon wieder. Da, A wird grad eingenommen! Scheiße! Oh, weil ich Noob geschrieben hab, Habe ich ne Warnung bekommen grad? Hahaha, witzig. Mh, okay. Tommy, steig bei dir. Call Admin Small Noob incoming. Alter. Ja, und darum krieg ich ne Warnung hier. Ja. Ich muss mal eben mit meinem Fan, bitte gar nichts gesagt. Einfach nur so. Ne, das steht, da geht an alle. Das, was da unten steht, da steht ja die Name dann davor. Ey, diese M416. Was ist denn damit los, ey? Die ist, die ist schön. Ich hab schon nicht direkt die neue Noob-Waffe. Ist das eine Noob-Waffe oder was? Ne, ne, die ist eigentlich nicht. So OP. Okay. Direkt über euch. Ja, links. Hab ich. Einmal. Oh, ja klar, der Chimbo. Ja, wieder von hinten, Alter. Wieder von der anderen Seite. Ja, der spielt auch mit der 416. Auch in einer Tour down, ey. Ja. Ja, genau. Naja. Okay, C haben wir ja noch, dann können wir da einstecken. Ja, das kann man nicht hin, dass sie so abgehen mit der Info-NAS-SZ. So, jetzt haben wir ja gleich mal eine schnelle Runde. So. Wie schön war's? Ne, weniger. Doch, das war's gut. Ah, der ... Ah, das ist natürlich schade, dass sich da einer dazwischen gemogelt hat. Ah. Naja. Colonel Service ... 1 ... Naja ... Schön war's. Sollen wir jetzt nicht aufm Server bleiben? Noch eine Runde. Eine Runde geht noch. Eine Runde, okay. Es ging ja auch recht schnell. Ich hab's verpasst. Ich hab's verpasst. Zehn Minuten? Nice. Alles klar. Geiler, machen die Leute, dass die einen Ping von 3 oder 4 haben. Hocken die im Rechenzentrum oder was?